Ein hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of the Dead 1, zwar für Multiplayer, meine lieben Freunde, weiter geht's, diesmal mit, äh, nehmen wir mal die hier, oder? Ne, ich will keinen Akimbo, nehmen wir die, erst einen 6-Dickens-Kusch, ja, den war die. Äh, achso, wir haben jetzt alles das drin, okay. Äh, mia, ha, 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 was ist ein Flitzer? Achso. Hm. Ich nehme die Angriffstrone raus, ganz ehrlich, die brauche ich nicht. Was nehme ich noch raus? Die Bombardierung, die werde ich eh niemals erreichen, ganz ehrlich. Äh, mache ich Lasermarkierer. So. Aber das Fernlenkgeschütz würde ich schon gerne behalten. Das würde ich... Ja, und das da. Hm, so, gut. Äh, was hatten wir in der vorigen Runde? Wir hatten Herrschaft, ne? Ja, ja, ja. Machen wir Abschluss bestätigt, meinetwegen. Machen wir das, ich hoffe mal, wir finden irgendwie was. Deswegen, wenn nicht, dann greife ich lieber wieder auf Team Deathmatch zurück. Denn da findet man etwas häufiger ein paar Spieler. Ich glaube, das wird nix. Ne, das wird, glaube ich, nix. Machen wir mal Team Deathmatch. Na? Ein Spieler gefunden, aber dauert eine Weile noch. Warum spielt denn hier kein Schwanz so wirklich COD, ey? Mann, Mann, Mann. Ah. Na toll, Sitzung ist voll. Wunderbar. Äh. Warum werde ich da überhaupt reingejoint, wenn die Sitzung eh voll ist? What the fuck, Alter? Dead Logic, Alter. Das macht überhaupt richtig viel Sinn. Na, leg mich doch morsch. Oh, Solar. Oh, ja. Solar ist gut. Solar, Solar. Wollte ich auch noch hier. Solar. So. Bäm. In die Fresse. Okay. Dann. Mal los. Exo Online. Feinde ausschalten. Hab ich noch erwischt. Sehr nice. Ich muss halt nachladen, ey. Mann, ey. So ein Drag. What the fuck, Jungs, ey? Sind doch jetzt zwei Pisser da. Mann, Mann, Mann. Wir haben den Vorteil errungen. Och, ja. Alter. Also momentan, jetzt gerade, läuft's noch nicht so mega geil. Oh, weißt du, den hätte ich auch noch so perfekt wegrotzen können, aber nein, der gibt mir gleich die Faust, ey. Oh, naja, von hinten wurde ich halt auch noch beschossen. Ist das geil. Ist das herrlich. Wir haben die Führung verloren. Warum, Alter? Mann. Wir haben den Vorteil verloren. Ja. Hit, 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 hit. Bum, 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 bum. Die ganze Zeit, Hit. War kein Kill. Alter, was ist denn das für eine Waffe eigentlich? Ey. Wir haben die Kontrolle verloren. Die hat noch Zeit, hier sich schön umzudrehen und nicht zu killen. Ist das eine Dreckswaffe, die ich da habe, ey? Wir haben die Führung übernommen. Alter. Wir haben die Führung verloren. Was ist denn der Kerre? Wir liegen in Führung. Laserfucker, ey, ganz ehrlich. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst, Junge? Oh Mann, wieder so ein Scheißpisser, ey. Ganz ehrlich, ey. Da rage ich einfach hart durch. Ah, what the fuck, ey. Scheiße, war du Laserschmacken, ey. Wir haben den Vorteil verloren. Wir verlieren diesen Kampf. Boah, wieder so einer, ey, man. Nee, ey. Wie kann man eine Runde versauen, ey, mit so einem scheiß Laser? Das sagt einfach nur Hardboards. Der wusste gar nicht, was abgeht, der Kollege. Der wusste gerade überhaupt nicht, was abgeht. Scheiße, Laser, ey. Ich hasse es einfach, den Laser überhaupt zu sehen oder zu hören. Egal, ob es ein Teammate macht oder ein Gegner. Ich hasse einfach diesen Laser generell. Boah, ey, so ein Dreckslaser, weißt du? Dass wir so einen Müll eingebaut haben, ey. Hab ich immer noch nicht. Und da war ja schon wieder der Laser, aber er hat mich nicht gekillt, ne? Aber doch, keine Ahnung. Ist mir egal, ey. Ist einfach nur low, so einen Laser zu benutzen. Und die Waffe, ey. Die verzieht, ey. Die kann man echt nur gebrauchen, glaube ich, im Nahkampf, ey. Was ist denn der Laserschpacken eigentlich? Das war doch gerade Team Deathmatch, ne? Oh, nee. Jetzt kann ich meine Abschussserie da nicht benutzen, die ich da freigeschaltet habe, Mann. Ach, ey. Der hat noch getroffen. Was the fuck? Ich dachte, ich hab gar nicht den Kill gemacht, keine Ahnung. 15, 12. Ach, ich hasse die Waffe irgendwie, keine Ahnung. Ne. Im Nahkampf okay, aber im Fernkampf irgendwie verzieht die mir, keine Ahnung. Ja, SM1 ist auf jeden Fall am besten von den MPs. Definitiv. Und die, wie hieß die nochmal? Bulldog? Keine Ahnung. Von den Sturmgewehren, die geht auf jeden Fall auch klar. Okay, dann mal los. Keine Ahnung, wie der Map-Name heißt, aber ihr habt es ja gerade gesehen. Oder ihr seht einfach mal im Titel, vielleicht ist es ja da drin, keine Ahnung. Ist mir egal, ey. Komm schon. Ich will den Messern. Jawohl. Ach ja, aber es ist halt von links auch noch gefickt, Alter. Hm. Boah, ich dachte schon, der wäre ein Feind, ne? Schade. Hä, ist da noch einer? Ne, der hat Abflug gemacht. Cool. Hätte ich auch sein können, ganz ehrlich, ey. Ich mache ja auch meistens sehr, sehr gerne Abflug, ey. Ich spring gerne irgendwo hin und... Ach, hör mir auf. Hör mir auf. Das habe ich ja auch drauf. Wo ist der? Naja, du kleine Nutte. Du kleine Nutte. Ich brauche mal eine Waffe. Hat der noch eine Waffe? Der Kollege in der Waffe, ne? Ist ja nicht so mega geil, ne? Ach, Laser-Spacken, Alter. What the shit. Boah, dann links stand einer und der vor mir da war eh schon down. Ach, Mann. Ist da irgendwie der Sniper irgendwie hier so? Oder wie? Wo ist denn der Sniper? Feindliche Drohne über uns. Der ist doch hier irgendwann. Oder nicht. Keine Ahnung. Egal. Was ist denn denn? Der ist ja irgendwann hier. Der ist da oben. Aber wie kommt man denn denn bitte nach oben? Oh Mann, ey. Von da aus. Ach, der ist schon tot. Ja, wunderbar, ey. Ach, schade. Das ist so ein richtiger Hardcore-Sniper irgendwie. Keine Ahnung. Hat er mich wirklich mit der Semtex getroffen? Oh, nee. So eine Muschi. What the fuck? What? Ach, Mann. Was ist denn das wieder für eine geile Waffe, die ich hier am Start habe? Zum Glück warst du da, Kollege. Unsere Drohne ist online. Ich hab's nicht geschafft. Hä? Spring doch nicht so wie so ein Affe, ey. Mann. Hey, Alter. Jawohl. Unsere Drohne ist online. Nein, Matthieu. Noch jemand da vorne irgendwo? Ah, da ist keiner. Da ist einer. Guck mal da. Ach, da war einer. Mann, Alter. Wie lange? Willst du denn noch? Rennen. Der war aber noch einmal irgendwo. Der Sniper da schon wieder. Guck dir den an. Na. Wieder hoch. Du Pfaff. Alter, so ein Frack-Dieb. Alter. Oh, Mr. Man. Ah, ja. Deine Mutter lieber. Der Kill war geil, wenn er mich geklaut wäre. Ich mein, ich heb die Waffe auf vor seinen Augen und dann bam und geb ihn, aber nee. Jetzt war mein Kill. Guck mal. Bam. Im Schlittern und bam in die... Oh, der war geil. Wuuuuh. Der Kill war doch geil. Oh, my fucker. Sehr nice. Auf jeden Fall, meine Freunde, werde ich ab hier erst mal diesen Part beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Call of Duty Advanced Warfare Multiplayer wieder. Haut rein.